Hallo zusammen und willkommen bei Let's Play Minecraft wieder und wir sind hier im Haus stehen geblieben, wir haben das Haus teilweise schon fertig und ich habe gedacht, achso hier habe ich was und haben jetzt schon 14 Eisen. Das würde für eine Hose schon mal reichen, aber nein, das machen wir noch nicht. Und ich glaube, es ist auch gerade Nacht geworden. Nicht schlimm, nicht schlimm, einfach schnell hingelegt und das war's. Und ich habe Waze Minimap drin. Leider ist, das hier dürfte jetzt der siebte Part sein, nur leider ist im sechsten Part etwas schief gelaufen und da sind so ungefähr zwei Minuten rausgeflogen, weil irgendwas gewaltig schief gelaufen ist. Und ich hoffe, ihr seid mir nicht allzu böse deswegen. Okay, dann könnten wir schon mal so ein bisschen anfangen, hier ein bisschen Platz zu machen, wenn wir unsere Farm hier hinbauen wollen. So, weg damit. Weg damit. Weg damit. Okay, wir haben das nicht gebraucht, hier den ganzen. Wir brauchen Platz, also weg damit. Yay. Okay. Und wir werden uns noch ein persönliches Lager hier bauen, aber momentan ist eben noch nicht der Platz dafür. Müssen wir uns erstmal ein bisschen Platz schaffen. Ups. Und das machen wir jetzt. Wir schaffen uns den Platz dafür. So, komm, komm. Dürfte gleich. Dürfte gleich reichen. Diese kurzen Licks, die können manchmal... Oh, ist kaputt. Können manchmal echt stören. Sprechen, ähm. So, äh, ja. Wir brauchen... Haben wir vielleicht... Ja, haben wir. Oder haben wir. Ja, haben wir. Gut, haben wir vielleicht Holzstäbe. Ne, haben wir nicht. Aber Holz haben wir hier reichlich. Da soll es nicht dran mangeln. Haben wir hier noch Holzstäbe? Ja, haben wir. Ja. So, die dürften reichen. So, und hier ist Holz. Ach, die machen doch einfach schonmal... ...ne... ...Axt. Für den Fall, dass wir hier nochmal... ...abernten wollen. Äh, ein bisschen farmen wollen. Und zwar Holz. So, das hier muss weggemacht werden. Das ist nur ohne die Klasse, dass wir nicht haben. Weg, 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 weg. Na, nehmt schonmal ein Gestalt an. Ist schonmal... ...ist schonmal... ...was Gutes. Also ein Gestalt an und... ...so, jetzt... ...machen wir hier noch... ...ein bisschen Holz. Damit das auch alles hier... Habe ich gerade ein Zombie gehört? Am helligen Tag? Vielleicht stelle ich auch die Ränder-Distanz vielleicht nachher ein bisschen runter. Weil vielleicht habe ich sie doch ein bisschen zu hoch. Auf Extreme, äh dann Extreme und ja, vielleicht ist das doch ein bisschen zu hoch. Mach ich dann vielleicht im nächsten Part ein bisschen runter, ich weiß es noch nicht. Ich komme daher diese kurzen Ruckeler, weil ich die Welt immer neu generieren muss und so. Und diese FPS... äh... Daher bist du schon FPS-Trops. So... So, dürfte erstmal reichen, der Platte. Oh... Jetzt können wir noch mal ein bisschen Hals gebrauchen. Das holen wir jetzt schnell. Damit wir dann daraus Zäune machen können. Wo wir dann das ernten können. Wegen den Zombies und so. Damit wir uns nicht alles kaputt machen. Diese Trampel-Dinger. Oh, ich bin runtergefallen. Komm. Und ja... Puh... Jo... Machen wir heute die Farm. Die Farm entsteht. So heißt der Titel, genau. So wird der Titel heißen. Die Farm entsteht. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, wieder. So. Brauchen wir ein bisschen Holz. So. Davon haben wir jetzt auch ein bisschen was. So. Ach so, ja. Mach ich so, so, so. Ops. Nein. Verdammt, jetzt war alles durcheinander. Egal. Das war eine Leiter. Verdammt. Jetzt hab ich... Jetzt muss ich grad noch mal gucken. Ich glaub den Zaun ging. Wartet, jetzt brauche ich noch mal als verdammt. Ja, ich bin total... Verpeilt. Ich hasse es. Zäune, die... Die hasse ich. Die hasse ich. Weil... Irgendwie vergesse ich immer, wie man die macht. Und dann... Dort ist immer wieder so ein bisschen... Und das kostet Zeit. Und pipapo. Gott. Aioioioi. So. Die Zäune ging, glaub ich... So. Ich glaub die... Ging... Ich hoffs doch. So. Oder wartet. Gingen die vielleicht. Äh... So. Nein. Verdammt. Ich hab total... Wartet. Okay, okay, okay. Nicht versagen, nicht versagen. Gingen sie vielleicht. So. Oh, verdammt. Das hab ich... Total... Verpeilt, wie der Zaun geht. Mist. Das ist ne Leiter. Ja, toll. Ja, okay, okay, okay. Das war... Das war... Meins. Meins wieder. Ja. Kann irgendwie mal passieren. Das ist... Schon... Schon... Paddelig. Hehehe. Okay. 16. Dann machen wir hier mal so. 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 Und so. Dann haben wir hier noch... Ein bisschen Platz. Was. Dann machen wir so. Machen wir so. 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 Dann ist hier noch was. Dann hier noch. Dann wird das hier auf alles aufgeteilt. Und dann haben wir auch alles. 54. Ich werde vermutlich hier so hinmachen. Und hier werde ich dann den... So. Ich muss vorsichtig sein. Die können nämlich auch da runter schwimmen. Und dann... Ja. Ah. Ich bin zu weit. Egal. Machen wir hier ein bisschen weiter. So. Hier müsste es sein. So. Ja. Läuft doch. Geht doch. So. Haben wir hier schon mal unseren kleinen Stall, wo die Zombies nicht... dahin kommen werden. Und ich weiß, was ich hier jetzt so mache... hu 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 hu. Nein. Jetzt kommt... Komm so. Und kam... Ja. Genau. Hier kommt auch noch so einer hin. Damit hier auch wirklich keine Zombies spawnen. Und jetzt... Brauche ich Fackeln. Wo sind sie? Wissen sie? Hier sind sie... Fakeln, Halleluja, wer hat gedacht. Hier, hier, sind das alles dreier? Hier und hier. So, dann ernten wir mal. Wir haben gar keine Nachwuchs mehr gemacht. So, jetzt haben wir wieder welche. Wo sind sie? Hier. So, jetzt muss ich gerade nochmal gucken. Ach genau, so ging die. Ist zwar nur eine kleine, aber... Ah, jetzt habe ich was vergessen. Nein. Ich wusste es. Ich brauche hier noch Wasser sonst. Klappt das ja nicht. Wo ist die Schaufel? Hier muss ja noch Wasser hin. Und dann kommt... Ops, diese FPS-Trops, die... Ja. Dann kommt hier noch und hier. Ja, das geht. So. Ja, geht auch kaputt. Geht auch kaputt. Das brauchen wir mal so. Hier einmal. Sonst brauchen wir nicht eine Menge Wasser. Jetzt kriege ich wieder die FPS-Lags, die mich ziemlich aufregend tun. Warum ich sie bekomme, ist sehr fraglich und keine Ahnung warum. Okay, drei Stück dürfen reichen. Ich bin ja hier eh gleich. Aber, ich sehe, oder mehr. So. Dann gehen wir schnell ins Haus. Und machen hier. Hier und hier. Und jetzt könnten wir eigentlich... Oder? Nee, okay. Könnten wir rein und betätig hier. Ja, hier können wir es so machen. Okay. Dann machen wir es so. Genauso. So. So. Ja. Und so. Und dann noch hier. So. Gott, was ist das denn? Das gibt mich schon so ein bisschen auf. Weil man nicht richtig arbeiten so kann. So. 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 Jetzt haben wir es doch. So. Und bis nach hier hinten... Genau. Jetzt kommt hier. Das dran. Das dran. So. Und dann hier noch. So. Und dann hier noch. So. Ja, dann haben wir es für diesen Part, dann war es das für diesen Part erst einmal, aber nicht für Sagen, es kommt's schnell wieder einer. Bis zum nächsten Mal.